Einen wunderschönen guten Tag mir und jetzt willkommen in einer neuen Folge von DRAGONS DOGMA 2. Wir sind immer noch in diesem Dörfchen und muss Gold verdienen. Nee, aber du kannst mir Gold geben. Das ist doch mal was, oder? Zum Beispiel, was kann ich dir denn so geben? Waffen, die ich nicht brauche. Zum Beispiel diesen Hälter und den Zweihänder kannst du haben. Guck mal, es gibt für mich 1800 Gold, aber ich kann das ja eh nicht ausrüsten, von daher würde ich das haben. Kopfschutz, Langendiadem kannst du auch haben. Sehr gut. Die kannst du auch haben. Gibt nochmal 6000 Gold. Sonst habe ich nichts mehr für dich. Okay, oder warte mal, vielleicht hat ja der Ragnar noch was zum verkaufen. Nee, Guki. Ja, diesen Kopfschutz kannst du haben. Gut. Und die Aira hat nichts. Okay. Gut. Kann ich denn was Sinnvolles kaufen bei dir? Ich kann nur Kreisestein. 10.000 Gold. Arzneitrank. Kaufen wir mal 4. Okay, für einen Tausender. Sonst so. Okay. Sonst brauche ich nichts. Tschüss. Hoppala. Schluck auf. Oh je. Ähm. Ja. Ich würde mal sagen, wir können weitergehen. Herztruhe. Herztruhe. Oh. Gut gemacht. Bist du gut gemacht, Kleine. Also. Ähm. Wir müssen dahin gehen. Äh. Ich würde aber genauso gut nach Vanworth zurückgehen, na. Mach mal hier einen Weg. Nein. Eine Markierung. Könnte ich das machen? So. Falsche Taste gedrückt gehabt. Okay. Ah, scheiße. Ich kann da nicht schwimmen. Och Gott im Himmel. Ja, ich. Ja. Das ist ein super Ort. Ja. Ganz vergessen, dass ich nicht schwimmen kann. Och Gott. Okay. Äh. Wir müssen außen rumlaufen. Ja, ja. Dann machen wir das doch. Ja. Es ist jetzt halt so. Guck mal. Hier können wir ein Lager aufbauen. Sehr gut. Lager aufschlagen. Zack. Dann können wir uns alle erholen. Doch gut, oder? Fertigkeiten ausstatten. Äh. Ne. Bis zum Morgen ausruhen. Da. Wieder volle Gesundheit. Da bin ich doch froh drüber. Mal da. Was machen die da? Ja, los. Haben wir so einen Fächerschuss? Oder einen Schreckenspeil? Geht auch. Da. Bisschen normal schießen, dass sich die Ausdauer erholen kann. Da. Was ist denn für ein Schleim da? Okay. Aber dieses Schleimding ist da noch weg. Okay. Level 13. Finde ich gut. Gut. Ja. Ja. Wir sollten das ein Lager sein. Das ist was befallt, der sich ihre Schleim verletzt hat. Ja. Gehen wir weiter. Was ist da los? Noch so ein Schleim. Ja, dann mach das Ding doch kaputt hier. Komm. Gibt das überhaupt Damage? Ja, ein bisschen, ne? Nee. Irgendwie gar nicht. Nee, wir gehen. Los. Oder vielleicht geht's mit Feuer. Ja, mit Feuer geht's. Sehr gut. Na dann, gib Gas. Komm, Mann. Ah, geht doch. Dann können wir ja gehen. Was ist da unten los? Oh Gott. Okay. Was? Oh, scheiße. Der hat zwei Lebensbalken, der Kollege hier. Okay. Oh, der hat noch kleine dabei. Ach, scheiße. Okay. Äh. Muss ich wiederbeleben. Komm. Nee, mach mal den kleinen erstmal weg da, bitte. Na, komm. Das war ja super. Na los, Ragnar. Mach was. Komm. Ragnar ist tot. Das ist jetzt eher nicht so gut, hä? Mach den erstmal kaputt, hä? Das ist gut. Ragnar, komm mal her. Hat dann wenigstens voller HP, weil ich halt voller HP habe. Aber den Schreckenspeil, komm. Ich soll weggehen da. Oh, ja. Ist das mühsam, dass er es hier zuerst die kleinen Gegner erledigt werden müsste, ey. Nein, meine Ausdauer. Okay. Dankeschön. Was willst du, hä? Sag mal. Okay. Ich muss meinen Kollegen Wookie wiederbeleben. Wo ist er? Da oben. Come on. Alter. Lass dich mal in Ruhe her. So, guck mal. Hat er mich getroffen? Ich weiß es nicht. Egal. Mach Damage. Komm. Na, was macht denn der da für Dropkicks? Was ist los? Äh. Ich bin mal in Arzneitrank. Danke. Mächtiges Roboranz. Komm. Nee, geht nicht, oder was? Wie ist denn du hin? Jetzt söhnt sie nicht, sagt er. Ja, haben wir schon lange gemacht, mein Lieber. Lass gehen wir wieder ein bisschen weg da. Komm. Komm. Okay. Was macht er? Ah, ich dachte, er will jetzt wieder zu seinem Dropkick ansetzen, was er auch macht. Na, komm. So ist gut. Dann machen wir mal einen Explosions-Pile. Ich habe ja nur noch einen. Wann explodiert das Ding? Jetzt. Sehr gut. So ist gut. Und jetzt. Damage, Mann. Komm. Los, 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 los. Oh ja. Jetzt ist aber guter Damage hier. Haben wir mal gut gemacht. Haben wir sehr gut gemacht. Dann nochmal einen Schreckenspeil. Guck mal, Ragnar. Ragnar hat richtig Bock, ne? Ich muss mich wieder ein bisschen entfernen. Ja. Äh, Arzneitrank. Ja, komm. Mal weg da. Peckenspeil bitte. Ja, der hat jetzt nicht so viel gebracht, hä? Ach, scheiße. Ich muss... Alter. Ja. Könntest du mich loslassen? Alter Schwede, du. Du bist ja richtig aggressiv hier. Ich muss hier in den Heilkreis rein. Komm. Alter. Ja. Ich muss weg da. Wo ist er? Da oben. Ja, komm. Schmeiß ihn runter. Er hat noch einen ganzen Balken. Meine Fresse, du. Immer ein mächtiges Robo-Ranz. Problem ist ja, der hat keinen, äh... Exklusionsschuss mehr. Der hat relativ viel gebracht vorhin. Machst du super, Ragnar. Komm, werfen wir ihn runter. Okay. Nee. Hier wird nichts passieren, sagt sie. Ich denke aber schon, dass mir was passieren wird. Ja, können wir einfach damage machen. Ach, shit. Was kommt jetzt? Ist ja wieder aggressiv, der Bursche, ha? Warum gehst du nur auf mich? Hallo. Ragnar, mach mal was. Okay. Na los. Du mit deinem scheiß Dropkick, Alter. Komm mal weg da. Hau ihn um. Na los. Ich muss ein bisschen warten wegen meinem Key. Oh ja. Komm on. Mach damage jetzt. Bisschen mehr, bitte. Komm schon. Ja, wir müssen schnell sein, Alter. War ja gar kein Damage gefehlt. Das war ja gar nichts, du. Alter. Ist das nervig. Ich hab ihn viel mal auf hier. Danke. Warum immer auf mich? Los, greift jetzt mal an hier. Oh ja, jetzt ist er wieder. Okay. Das ist gut. Sehr gut. Voll rein da. Komm. Da haben wir ihn doch. Okay. War ein Ogre. Schön. Für den Ogre. Ah. Das war... Was ist jetzt los? Alter. Kann ich mich nicht einmal ein bisschen erholen? Ist zu viel verlangt. Mach ihn mal weg da. Komm. Hallo. Schreckensball. Danke. Oh ja. Ja, ist gut. Ich weiß immer noch nicht, wie man ausweichen kann. Wie schießt du denn jetzt? Erfahre mal hin. Ja, ist doch egal, ob er jetzt gedrenched ist oder nicht. Ach. Ich will doch einfach nur raus hier. Ja, super. Bin ich ja dankbar für, ne? Aber so ein Lager aufbauen. Das wäre... Das wäre... Eine schöne Sache. Ja. Ja. Oh, guck mal. Eine Truhe. Okay. Okay. Ein paar Blumen. Ein paar Blumen. Ja, dann... Weiß weg. Was ist das? Mittagsblüte. Okay. Können wir da irgendwie reingehen, oder? Einen Reisestein. Ein Reisestein. Sehr gut. Schattige Pelerine. Gutes Hartknollen-Roborans. Okay. Sag mal her. Jedes Mal drücke ich falsch Gegenstände. Neu ist er. Okay. Ist das was? Genau das, was ich hier aktuell auch rausgerüstet habe, ne? Kann das sein? Oder... Ja. Du bist ausgerüstet. Ich würde doch sagen, mit dieser schönen Aussicht hier... Verabschiede ich mich für heute, ha? Sag ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss. Tschüss. Okay. Vielen Dank.